Naja. Wir sollten vielleicht noch auf eine Sache hinweisen, fällt mir gerade ein. Und zwar, wenn du Telekom-Kunde bist und du hast Wi-Fi-Calling und du bist im Ausland in einem Wi-Fi, wartet eine kleine schöne Falle auf dich. Ja. Wenn du zumindest in Europa bist und wenn du einen von den inzwischen in den ganz neuen Verträgen enthalten, die sogenannte All-Inclusive-Funktion, das heißt, dass du halt eben in Frankreich, Spanien, Italien und so weiter, dein Zuhause-Inklusiv-Volumen, sowohl Daten als auch Telefon, halt benutzen kannst. Das heißt, du nimmst deinen Vertrag praktisch ins Ausland weg. Das ist ja inzwischen in den Tarifen mit drin früher und kannst, glaube ich, immer noch als Option buchen. Das kostet dann 5 Euro pro Monat oder irgendwie 20 Euro, wenn du es nur einmalig aktivierst ohne längere Vertragslaufzeit. Also wenn du diese All-Inclusive-Funktion hast, die dir eben einräumt, dein Zeug mitzunehmen ins EU-Ausland, dann hast du das Problem, in Kombination mit dem WLAN-Call, der sich als Gespräch über Deutschland aufbaut und abgerechnet wird, hast du das Problem, dass wenn du jetzt in Spanien im Urlaub bist und rufst Freunde in Spanien an vor Ort, was ja durchaus gut vorkommen kann, dann hast du das Problem, dass du diese Personen nicht von deinem Telefon, nicht aus dem über das All-Inclusive-Ding abgedeckten Tarif kostenlos anrufst, sondern du rufst sie so an, als würdest du aus Deutschland einen Mobilfunkanruf auf die spanische Mobilnummer durchführen. Und das, ich weiß nicht genau, wie der Minutenpreis da liegt, aber der wird auf jeden Fall interessant sein. Also wenn du da 10, 20 Minuten telefonierst, dürfte Summe X zusammenkommen, die in jedem Fall unerfreulich ist, vor allem wenn man da mehrfach reinrennen sollte. Und da der WLAN-Call ja im Ausland priorisiert ist, das heißt, sobald du im WLAN bist, bist du im WLAN-Call, was ja eine eigentlich sinnvolle Funktion ist. Das ist halt mit der Annahme, dass das Roaming immer teurer ist, aber in dem Fall halt nicht. Mit der Annahme, dass du irgendwo in Barbados auf irgendeiner Insel hockst und im Hotel WLAN bist und dann ist die Annahme gut, wenn unter der Voraussetzung, dass du irgendwie Leute, Freunde in Deutschland anrufen willst und erzählen willst, wie toll der Strand vor deinen Augen ist, dann ist das gut und hilfreich und billig, aber wenn das eben im europäischen Ausland ist und du eine von diesen All-Inclusive-Geschichten hast, entweder weil die sowieso Vertragsbestandteil sind oder Tarifbestandteil sind oder du die zugebucht hast, dann ist das halt ziemlich schnell ein Desaster. Also sprich, wenn du im Ausland bist und ins Ausland, in dem du gerade bist, telefonieren möchtest, machst WLAN aus. Wenn du in Europa bist. Ja, genau. Ansonsten. Wie macht den WLAN-Call aus? Wer ist denn da schuld? Also ich verstehe es nicht. Da ist Apple schuld, weil die Annahme halt nicht zu dem Tarif passt. Ja, und als die Telekom diese Tarife sich ausgekaspert hat, wussten die auch noch nicht, dass der WLAN-Call kommt. Zumindest die zwei Abteilungen wussten das nicht. Ja, es ist, glaube ich, relativ schwierig, von der Schuld da zu sprechen. Also es ist einfach eine sehr ungünstige Verkettung von Dingen, die einfach sehr problematisch sind für den, der am Schluss da reinrennt. Und ich glaube, dass nach Frankreich zu fahren und eine französische Mobilnummer anzurufen, ist ein relativ häufiger Anwendungsfall. Oder in ein anderes Land zu fahren und eine lokale Mobilnummer anzurufen, ist einfach ein häufiger Anwendungsfall. Und mit dem gerätst du einfach in dieses Problem. Wenn du jetzt aus Frankreich nach Deutschland telefonierst, dann hast du das Problem nicht. Weil dann wird der Anruf dann aus Deutschland aufgebaut im WLAN-Call, dann ist das okay. Dann wird der kostenlos abgerechnet in deinem Tarif halt. Aber da eben die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt irgendwie, also ich meine, je nachdem. Also die Telekom könnte natürlich auch sehen, du bist mit deiner SIM-Karte in Spanien, der WiFi-Call kommt rein, dann rechnen wir das so ab, als wärst du wirklich im GSM in Spanien. Ja. Aber das kostet dir wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, wahrscheinlich wer weiß, was da irgendwie auch das technische Problem drumherum ist. Aber das wäre natürlich, im gewissen Sinne wäre es fair, das zu sagen, es so abzurechnen, weil du nun mal aus deinem Tarif eigentlich abgedeckt bist unter dem Gesichtspunkt. Aber ich meine, alles, was Roaming angeht, hat mit fair wahrscheinlich wenig zu tun. Insofern darf man das vielleicht auch nicht erwarten. Also es ist auch nicht so, als würde die Telekom das komplett verschweigen. Also es steht schon im Kleingedruckten auch drin, du musst halt nur, oder irgendwo in der FAQ steht das schon drin. Steht auch. Also wenn du das halt hast, wenn du All-Inclusive hast und du fährst halt in Länderregion 1, sprich halt EU und Schweiz zählt bei der Telekom dazu, dann schalte bitte WLAN-Call aus. So steht da einfach eins zu eins auch drin. Und das ist auch einfach der Fall. Ja. Also da steht irgendwie, schalte WLAN-Call aus, wenn du nicht nur nach Deutschland telefonieren solltest. Ja, okay. Ja, also Vorsicht. Ja, also Vorsicht geben mit Roaming, WLAN-Call und so weiter, das löst alles nicht zwangsläufig die üblichen Kostenproblematiken, in die man rennen kann, wenn man im Urlaub oder auf Geschäftsreiz oder auf irgendeiner Reise ist und irgendwo im Ausland immer vorher zwangsläufig schlau machen. Was ist mein Tarif, was kostet mich eine Nummer vor Ort anzurufen, was kostet mich im Heimatland anzurufen? Ich habe das versucht zum Beispiel rauszufinden in meinem Vertrag, was passiert, wenn ich mein EU-Roaming-Volumen aufgebraucht habe. Ist es dann weg, ist es dann aus, ist es dann gedrosselt, kann ich es nachkaufen und ich habe es nicht rausgefunden, bis ich es gemacht habe und es aufgebraucht habe. Und dann kam eine SMS und sagte, hier kannst du auffüllen, kostet x Euro. Okay. Ja, aber das stand nirgendwo, also ich habe wirklich gesucht, ich habe es nicht gefunden und auch ansonsten, wir haben immer mal wieder solche lokalen Feinheiten, die irgendwie entweder mit ausländischen Netzen oder mit dem iPhone oder mit einem iPad oder mit Multicard und Leute rufen auf einem iPad an und es klingelt nicht, aber die Multicard meint, es hat geklingelt und geht deswegen nicht auf das erste Telefon rüber und Ja, ja, das ist auch so ein Klassiker. All diese Geschichten, das ist nicht so ganz einfach offensichtlich. Nee, nee. So. Nee, klar, ich meine, da mischen ja auch viele mit, also Netzbetreiber, die mit ihrem eigenen Ding, dann Apple, die ja auch wahrscheinlich so ihre eigene Schiene da fahren und wenn es dann halt nur ein Netzbetreiber in einem Land mit einer bestimmten Technik ist, bis das dann mal durch die ganzen Instanzen gelaufen ist und vielleicht als Systemupdate in iOS einfließt oder halt in irgendeiner Form gefixt wird, das dauert einfach Zeit. Ja, na gut, dann machen wir die Pics für heute. Und dann machen wir die Pics für heute.